Es ist so schade, dass es keine halben Blöcke gibt, also keine Slabs gibt, die man an die Wand bauen kann. Mhm. Aber wenn das noch kommt, dann wird es noch komplizierter mit den Blockdingens. Wieso noch komplizierter? Naja, mit der, wie du gucken musst, damit was geht und... Kannst du ganz einfach machen, indem du einfach das nur sagst, wenn du jetzt sneakst, dann kannst du in die Wand setzen. Achso, na gut, ja, könnte man machen. Also da gibt es eigentlich kein Problem mit. So, warte, 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 hinter dir, hinter dir, warte. Dafür ist mir das Risiko einfach zu hoch. Naja, das ist so ein Weg zu machen, wäre auch für irgendeine gute Idee. Nein, nein, nein. Den würde ich dann nicht alleine machen. Da habe ich keinen Bock drauf. Wie, warst du jetzt schon bei außen dabei, oder? Ähm, ich habe bei manchen Stellen hier immer so nachgeguckt. Was geguckt? Wie das hier ist, wie du die Wand hier gesetzt hast und so. Was ist, was ich mir eigentlich jetzt wünsche? Am meisten würde ich mir jetzt eigentlich schisseln, Bits. Oh Gott, ja, aber dann wäre das ein Projekt, das, äh, weiß ich nicht, Stunden dauern würde, glaube ich. Ich würde mir das alleine schon reichen, wenn du einfach nur diese Slabs, also wenn du, nur, nur das hier korrigieren, nur das hier korrigieren, das würde mir komplett reichen. Wenn ich die hier einen halben Block höher setze, würde mir komplett reichen. Flasche fallen nicht um. Doch, ich glaube schon. Jetzt habe ich sie einfach unten in die Ecke gepackt, so müssen wir es passen. Haben wir eigentlich irgendwo Ranken wachsen? Nein. Im Dschungel. Hast du noch Raketen? Ach, noch eins. Das bringt nicht sehr viel, wenn du da reingläufst. Ja, ich weiß. Ich brauche nicht wirklich viele. Ich gehe schnell Ranken holen. Dann können wir nämlich noch Orsi-Dinger machen. Ja, ja, nicht direkt. Ja, weiß ich. Ausnahmsweise weiß ich das mal. Naja, ich glaube, ich würde dich jetzt hier irgendwie verirrst oder so. Nö, nö, nö. Passiert mir ja eh nie. So. Weil die wären natürlich... Ja. Davon, ja. Die Home-Koordinaten. Das hier sieht aber auch geil aus. Als wenn jemand abgebaut hätte. Aha. Nee, da will ich jetzt nicht. Hm? Kann ich das jetzt gehen? Hm, hm. Doch. Ne. Doch, irgendwo hat die hinten nämlich Werk gebaut. Deswegen... Nehmen wir gleich ein bisschen mehr mit. Wir brauchen ja eh welche. Ich bin verwirrt, wo du schon bist. Achso. Ich würde es dauern ja eh nicht, ja. Was? Das ist dieser Scheiß-Zau-Unfall. Ähm. So. Folge, äh... Oh Gott, die Folge, wann das? Ich glaube, 13. Folge 13 oder so, dann da... Leute, die die Folge gesehen haben, wissen wir, was das hier mit dem Pfahl auf sich hat. Und die legen immer noch XP gelinkt hier. Hä, bin ich so ein Pfahl? Ja, ich bin ja in einem Elf oben, hier ist ein Pfahl. Ich brauche hier wirklich eine Scheiß-Schere dafür, da war ja was. So. Wo bist denn du jetzt? Immer noch Mauern oder so, wie der Faktion hat. Hä, warum? Äh. Ich bin grad in den Dschungel. Hä, ich hab doch gesagt, ich hole Lian. Ja. Ja. Ich wollte auch nicht mal in meinem Kopf was gucken, weil... Irgendwo... Ach, was würd ich holen, irgendwas würd ich holen. Hm. So, wie es eigentlich... ...funktionieren. So. Ich bin grad eben so ein riesengroßer Fluss. Liegt drüber, er ist weg. Ah, weil der hinten... Ne. Hä? Achso, der endet hier. Lol. Vielleicht mach ich das erstmal mit den Trappern. Achso, warte mal. Hahaha, da haben wir ja oben die Steinsäge. Da sind wir, glaub ich, ein bisschen effizienter unter uns. Mein Kampf hat echt in vielen Stellen auch so richtig kahle Biome. Und das ist ja das alte Haus von Chaco. Ja. Also, an... An sich ist es so schlecht, haben die nicht gebaut, oder? Nö. Weil dieses schöne weiße Marmor-Haus mit Holz und so. Also, so schlecht sieht das halt echt nicht aus. Finde. Daneben dieses kleine, schöne mit Balkon außenrum. Ich hab keine Ahnung, was die hier einzeichnen wollten, aber... Ja, das hab ich auch nicht verstanden. Naja, die wohnen ja jetzt eh nicht mehr hier, das ist das Witzige daran. Das ist halt echt nur ein Katzensprung weit weg. Ja. Aber ich kenne mich hier nicht. Was? Ich habe nicht verletzt, wie du siehst. Daneben fernst du nicht? Das ist wirklich gut. Ja. Ja. Das ist halt mit der Stimme. Ja. Ja. Was? Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Wo ist denn? Mir ist wohl nur etwas aufgefallen. Weil als coole Beleuchtung nach oben hin passen kann. So, wie schaut's da jetzt aus? So, jetzt wird mir doch ein Böhm. So. Warte, du kennst doch, wenn man da auf... Oh, da ist schon wieder so ein bader Typ. Du kennst doch, wenn man auf Nazerac Feuer platziert, begrenzt es doch unendlich, oder? Hm. Du kannst auf Soul Sand Feuer machen. Jo, das wird dann blau. Oh. Hm? Okay, Leute. Was? Hm. Okay. Hä? Ist doch so. Ja. Ich dachte, du darfst vielleicht noch nicht. Hm. 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 Ich will das verwirren, dass du kannst Crack... Crackstone? Hm. Hm. Dann kannst du irgendwie keine... Äh, Blöcke daraus Cracken. Jo. Das heißt, man muss wirklich einfach normale Treppen nehmen und die kaputt brennen. Cool. Nee. Nee. Gut. Es wäre aber auch unlogisch, wenn du aus kaputten... kaputten Steinen was craften könntest. Okay, ich bin gerade verwirrt. Das ist kaputte Steinen. Nee, oder? Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Boah. So. Wie gesagt, ich brauch echt ne neue Maus. An sich ist die Maus halt echt schön, weil du halt einfach auf beiden Seiten Seiten tasten, aber... Maus, Ratsch, Back, drüben. Hm. Was für die. Gut. Ich hab die aber auch schon lange, die Maus. So, das ist jetzt eine große Frage. Wie lange hast du noch Steinziegel? Ja gut, ganz zu viel hätte ich nicht gebraucht, danke. Du kriegst du auch. So. Machen wir mal ein Loch in die Wand. Okay. Machen wir einfach mal ein Loch in die Wand. So. Schau an, Alter. Ich hasse dich. Ah. Ah. Du sagst ihm quasi, ja hallo, hier bin ich, komm doch her. Kannst du nicht, Edbag? Ja. Du musst doch mal in die armen Gefühle der Villager denken. Ah nein, den wollte ich jetzt nicht wegbauen. Du musst doch mal in die armen Gefühle denken für eine Villager. Wieder nicht. Oh, wie schön es wird, wenn man hier in Ruhe bauen kann. Ich stelle dir das mal vor. Ja. Das wäre herrlich. So. Bei meinen Baustellen kriege ich das so selten mit, aber naja. Ja, du bist ja beim Stadtbau nicht so aktiv wie... Ja, genau. Deswegen ja. Was sehr schade ist. So gut im Stadtbau bin ich nicht. Es gibt genug Hilfsarbeiten, wo man jemanden braucht. Ich baller dich jetzt nicht mit dem voll aufgestanden Bogen ab. Nee, das empfiehle ich dir. Ja, dann bist du tot. Vielleicht. Definitiv. Ich hätte eine volle Eisenrüstung an und ein Zocker hat mich irgendwie mal abgemorbst. Ja. 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 Ich voll greif. Wie viel Damage macht zum Bogen. So, da, 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 das passt eigentlich ganz gut, da kann ich auch noch einleiten. So. Und da oben. Okay. Jo, das kann man noch machen. Das mit dem blauen Feuer ist geil. Okay, gut, ja, so. Wenn die Sonne außerhalb des Bildschirms ist, kann ich das direkt, sonst kann man das auch sehen. Solange die Sonne im Bildschirm ist, das ist einfach nur so ein fleck. So. Das heißt, da drüben kommst du jetzt nicht rüber und hier hinten müsste ja rein theoretisch erstmal überhaupt die Mauer weitergehen. Hey, ja. Wie gesagt, mal gucken wir mal, wie wir denken, hier ist halt Wasser. Aber... Ja gut, hier geht ja, guck mal, die Mauer geht ja hier weiter. Hier hinten. Ja, guck dir das mal an. Was? Wir wollten eigentlich hier durchziehen. Ja, genau. Ne, ja, wir wollten hier noch ein Stück der Mauer langziehen, das kaputt ist, ja. Ja, genau. Dann fang ich damit mal an, oder? Äh, ja, wenn du willst. Ich hol mir jetzt mal ganz kurz da die... Ah, warte mal, die musst du dann aber wirklich viel aus dem Trackzeug und... Und aus den, äh, mit den Ranken, warte mal, das gebe ich dir gleich. Die Ranken habe ich gar nichts. Ja. Das bringe ich dir jetzt schnell rüber, weil dann kann ich die Mauer schon mal hinten da zu Banes weg ziehen. Oh. Warte, äh, Treppchen und des. Das ist jetzt halt die... Da kommt doch wer hinter dir. Ja, ja, ich sehe's. Oh, cool. Ah, die Tinten, ja, nehm ich auch mit rohen, auch eh immer schwarze Farbe. Also, die klangen grad richtig komisch, oder? Weiß ich nicht. Bei mir normal. Äh, halt. Äh, na, wir machen die wirklich so... Okay. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oder meinst du die Tintenfische? Die Tintenfische? Ja, die machen so komische Fauchgeräusche, bei mir auch. Ich hab halt grad gar kein Texture Pack drin, deswegen... Ist das halt so... Okay. Aber das sind viele, Alter, wenn ich gewusst hätte, dass... Wir um die Ecke so viele Tintenfische haben. Das ist egal, also... Die können ab einer gewissen Wassermenge, können die spawnen. Ja, aber hier sind halt einige, darauf wollte ich hinaus. Jo. Aber in 1.16 haben sie das eh angepasst, mit dem Spawn von denen. Mhm. Weil vorher war das halt so, die sind immer gespawnt. Aber, äh... Die Fische, die eingefügt wurden, die haben auch... ... quasi den Spawn-Count von den Squids weggenommen. Mhm. Und jetzt haben sie das angepasst, dass die halt, äh, das im Wasser halt, äh, der Counter, also wie viele Objekte im Wasser sein dürfen, da haben sie die Squids und die Fische getrennt. Sehr gut. Weil die Fische nämlich eigentlich... Weil die Fische spawnen ja häufiger. Ja. Wow, ich hab das mal geschafft. Das war ein epischer Moment. So. Oh Gott, da hinten kommt ja dann auch noch ein Tor hin, ne? Echt? Ja, zu Banes Weg. Also hier hinten. Ja. Was ja auch nicht so schlimm ist. Äh, eigentlich nicht. Nö. Alter. Das ärgert mich jetzt. Hm? Ach so, hier hinten, die ganzen Tinten-Fische. Massaker. Normalerweise schon, aber, äh, im Augenblick ist das ja nicht so wichtig. Kann ich nochmal ein paar Stonewigs haben? Was, von mir? Ja, ich hab nur noch sechs. Ich hab keine mehr. Geh weg. Ich werde jetzt selber welche einschmelzen müssen. Ach so, es gibt nicht Stonewigs. Ich hau jetzt noch was in den Ofen rein und dann... Wenn ich Glück habe, weiß ich noch, wo welche sind. Hm. Ja. Du kannst im Netter mal gucken auf unserer Baustelle. Äh. Vorne, gleich, gleich, wenn du aus dem Portal rauskommst. Ja, ich weiß, das sind eine ganze Kiste. Ja. Mit irgendwelchem Zeug, weil weiß, was da drin ist. Alles, was wir da zum Bauen genommen haben, ausnahmsweise mal. Ja, nicht, was wir gebrauchen. Hm? Nichts, was wir brauchen können. Ja doch. Äh, Steinziegel. Nein. Da sind nicht ein einziger Steinziegel drin. Dann habe ich schon alles rausgeklaut. Liegt vermutlich im Bereich des Möglichen. Ja, hab ich ja noch genug Fisch. Mann, ey. Fisch. 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 Fisch, 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 fisch. Fisch, fisch, fisch. Fisch, 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 fisch. So. Gott, heute ist ja Stream Minecraft auch noch. Das wird heute ein sehr, sehr Minecraft-iger Tag. Ah. Fast vergessen, wa? Äh, komplett vergessen. Ja. Mir ist es auch erst durch Zufall heute Morgen beim zweiten Café eingefallen. Spider-Film? Ja, ich trinke immer zwei. Den ersten, den trinke ich ohne, dass ich mich an PC setze. Oh. Ja. Und den zweiten, dann wäre es doch. Und den zweiten? Genau. Dann lasse ich ein PC hochfahren. Guck mir alle wichtigen Sachen an, die ich mir halt angucken muss. Aber so lange dauert der PC hochfahren doch auch nicht. Ne, drei Sekunden. Aber, ähm. Weißt du, ich setze mich dann hin. Guck, was ist heute zu erledigen. Was ist so rundherum passiert. Was ich wissen möchte, was mir interessiert. Guck mir vielleicht das ein oder andere Video an von den Leuten, die ich abonniert habe. Und, ja, dann ist der zweite Café auch mal weg. Oh, für mich hat es euch gewesen sein. Ich hatte heute Morgen noch keine Uhr steigen. Ja, äh, ich schon. Achso, achso, du meinst, achso. Ja, nein, bei dir habe ich noch nicht geschaut. Tut mir leid. Oh, nein, ist egal. Oh, hier hinten haben wir gar nicht weitergezeichnet. Ich hoffe, Splatzer diesmal nichts auszusetzen hat.